Das 19. Bild. Der Zug aus Sapukai. Wir nehmen an einer gemütlichen, sicheren Fahrt mit der 1. Eisenbahn Südamerikas teil. Das langsame Anfahren und dann die lockere Reise durch abwechslungsreiche Landschaft. Ich stelle mir das fröhliche Winken der erstaunten Menschen in ihren Dörfern vor, welche mit neuen Gleisen und Bahnstationen ausgeschmückt wurden. Damals war alles noch sehr hoffnungsvoll. In Sapukai kann man noch heute die große, historische Eisenbahnwerkstatt bewundern. Die dort stehenden mehrere Logs, die auf ihrer Instandhaltung warten. Die ungeordneten Geräte wirkten sehr aktuell, als ob die Arbeiter gerade nur ihre Pause machten. Die ungeordneten Geräte wirkten. Die ungeordneten Geräte wirkten. Die ungeordneten Geräte wirkten. Die ungeordneten Geräte wirkten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.